Nächstes Video! Das ist das schnellste Let's Play aller Zeiten. Aber das ist auch eigentlich nicht schwer. Überhaupte ich. Nicht so smart von mir sollte ich den darin stellen, dass ich da gleich beim Hochfahren dran komme. Also ich lege jetzt den wirklichen drauf. Der fährt runter. Jetzt nehme ich den Hebel. Wenn ich den hochhebe, verschwindet der. Ja, dadurch fährt das Ding wieder hoch. Würfel. Wie smart der Junge ist, wie smart der Junge ist. Unglaublich. Ich finde, das ist so richtig. Immer wieder erinnern. Wenn du die Bestimmung des Objekts in der heutigen Zeit veränderst, wird die zukünftige Version dieses Objekts auch beeinflusst. So sieht's aus. Wenn das zu kompliziert ist. Du bist in Glück. Die nächste Kampfer wird nur hevile auf deinem Verständnis dieses sehr basisches Konzept. Also man muss dazu sagen, dass es das ein gemoddetes Projekt in der Community ist. Das haben nichts mit den Originalentwicklern zu tun. Ich weiß nicht, ob das eine neue Kammer ist. Neue Kammer. Okay. Haben ein paar Leute gemoddet und gemacht. Bin ich sehr gespannt. Das sieht auf jeden Fall nice aus. Generell, spielt die Portal-Spiele. Das sind großartig Leute. Bis zum nächsten Rätsel.